Also Ekold und die Itzehoa, das ist offenkundig eine wunderbare Freundschaft geworden. Von diesem Erfolg hätten wir nicht in den kühnsten Träumen uns Hoffnungen gemacht. Ja, die Summe der eingegangenen Spenden beträgt mittlerweile gute 80.000 Euro. Die Itzehoa hat sich entschlossen, zu den zugesagten 15.000 Euro noch einmal 5.000 Euro obendrauf zu packen, sodass von der Itzehoa insgesamt noch einmal 20.000 Euro gespendet werden. Also wir sind da sehr positiv überrascht, dass wirklich so viele Spenden zusammengekommen sind. Damit hätten wir nie gerechnet. Eine ganz, ganz tolle Idee der Itzehoa Versicherung. Da ganz herzlichen Dank für diese riesige Unterstützung und natürlich auch Dank von allen Ekoldern, auch den zwei- und vierbeinigen Tieren hier bei uns, an alle, die gespendet haben. Ganz, ganz herzlichen Dank, eine ganz, ganz tolle Hilfe und Unterstützung. Wir haben jetzt unter strengen Auflagen den Wildpark wieder öffnen können. Der ist von 9 Uhr bis 18 Uhr täglich geöffnet. Und die Besucher, die sich vorab informieren, wissen, dass es ganz schlau ist, morgens zwischen 9 und 11 schon zu kommen oder zwischen 16 und 18 Uhr, damit sich alles hier schön verteilt. Wir haben ein paar Einschränkungen noch im Park, aber im Großen und Ganzen ein ganz tolles Naturerlebnis. Für viele Familien sicherlich eine gute Möglichkeit, mal rauszukommen. Ja, und die Itzehoa hilft auch gern an anderer Stelle, zum Beispiel mit unserem Programm Der Norden hilft. Hier haben auch Vereine, die jetzt in Not sind, trotzdem noch was auf die Beine stellen möchten, die Chance, sich um 1.000 Euro zu bewerben, die wir monatlich ausloben. Vielen Dank.